Hey Jungs, so wird das aber nix mit der neuen Platte. Hallo liebe Leute, wir sind Operators aus Berlin. Egert, Konrad, Dirk, Sash und Dan. Letzten Herbst waren wir unser drittes und vor allem vielseitigstes Album aufnehmen, Revelers. Und dafür haben wir uns in Darmstadt eingenistet, im Louis-Hill-Studio mit René von White. Das Mastering hat Tony Reid von Moss Generator gemacht. Und Joe von Stonehenge zauberte dieses grandiose Upwork. Was jetzt fehlt, ist der finale Teil, die Albumveröffentlichung. Und dafür wenden wir uns an euch. Gemeinsam wollen wir über Crowdfunding unser Baby Revelers in den Formaten CD, Digital und Vinyl endlich zur Welt bringen. Und außerdem haben wir noch ein paar Leckerbissen für euch vorbereitet. Also guckt mal in der Kampagne vorbei, gönnt euch was, denn Operators.